Mein Name ist Matthias Helfrich, ich bin 35 Jahre alt und gehöre seit dem Jahr 2021 dem 20. Deutschen Bundestag an. Ich bin Mitglied des Innenausschusses als beratendes Mitglied, fraktionslose Abgeordneter und AfD-Mitglied. Also ich habe mich ja nie selbst als freundliches Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet, sondern es war die Wiedergabe einer Fremdbezeichnung durch Linke auf Twitter in einem Privatgespräch. Und dieses Privatgespräch wurde dann, vor allem einer politischen Erpressung, wohl auch an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, an den Bundesvorstand der Partei gespielt. Und mir wurde letztlich gar keine Möglichkeit gegeben, diese private Nachricht überhaupt zu erklären. Also ich habe nie gesagt, ich bin das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus, sondern ich habe diese linke Fremdzuschreibung in einem privaten Gespräch dem Gesprächspartner gegenüber, der das auch wusste, wiedergegeben. Genau, es war eine Persiflage, es war eine Parodie, die ich wiedergegeben habe. Ich habe mich selbst mal als freundliches Gesicht des Rechtspopulismus bezeichnet. Daraus haben eben linke Twitter-Aktivisten gemacht, dass ich höchstens das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus sei. Ich meine, ich count several, four references in diese Leaked Messages zu Nazism. So, you talk about being the friendly face of Nationalsozialismus, you compare yourself to Roland Reisler, a Nazi-era judge, you appear to expressly quote Hitler, you talk about how the Führer wrote, and then you give a quote, and you picture or share a photo of a flower, and refer it to the secret symbol of nationalsozialists during the ban in Austria. That's quite a lot of Nazi-related parody. Ich glaube, wenn man so häufig mit dem Nazi-Vorwurf konfrontiert wird, wie es AfD-Politiker widerfährt, dann gibt es private Räume, wo man das auch kompensiert, wo man sich darüber lustig macht und wo man auch versucht mit diesem Vorwurf, der einen auch trifft, weil wir uns nicht als Nationalsozialisten verstehen und auch den Vorwurf des Nazis als ungerechtfertigt empfinden, dass man den auch versucht zu kompensieren. Und sicherlich gibt es dort Aspekte eines dunklen Humors, die das erträglich machen, dieses Dauerfeuer, wie es eben auf AfD-Politiker gerichtet ist. Das mag so sein. Jeder, der mich kennt, weiß, wie diese Gesprächsverläufe zu deuten sind und damals zu deuten waren. Sonst hätte mich wahrscheinlich auch der Bundesvorstand der Partei, hätte dann einen Ausschluss gegen mich beantragt, das hat er nicht. Auch das Landesschiedsgericht, also das parteiinterne Gericht der AfD-NRW, hat festgestellt, dass ich in meinem gesamten Engagement mich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung und für eine demokratische AfD eingesetzt habe, für demokratische Werte gekämpft habe innerhalb unserer Partei und in keinster Weise auffällig im Kontext von irgendwelchen nationalsozialistischen oder rechtsextremen Bezügen war. Insofern, sage ich mal, gibt es natürlich Deutungen, die in der Öffentlichkeit auch provoziert werden und auch gezielt provoziert werden, um letztlich ein Bild von einem zu zeichnen, was möglichst negativ ist und was einen eben als Nationalsozialisten framed. Also es war damals so, als ich frisch in den Deutschen Bundestag gewählt worden bin, dass diese Vorwürfe ganz akut waren und ganz frisch waren. Viele Abgeordnete der AfD-Fraktion mich natürlich auch gar nicht als politische Person, auch nicht als Persönlichkeit kennenlernen konnten, mich gar nicht einordnen konnten und ich damals auf einen Fraktionsbeitritt verzichtet habe. Im Hinblick auch auf das laufende Partei-Ordnungsverfahren, was gegen mich eingeleitet worden war, weil ich die Hoffnung hatte, die sich auch bestätigt hat, dass sie meist das Gros der Vorwürfe auch widerlegt werden konnte durch mich. Und dann später, als das Verfahren abgeschlossen war, wollte ich Mitglied der AfD-Fraktion werden. Dafür habe ich auch eine einfache Mehrheit, also die Mehrheit der Abgeordneten in der damaligen Fraktionsversammlung hinter mir versammeln können. Aber ich hatte keine Zweidrittelmehrheit. Und das ist durchaus schwierig in der AfD, eine Zweidrittelmehrheit von Mitgliedern einer Fraktion oder eines Parteitages hinter sich zu vereinen. Selbst die beiden Fraktionsvorsitzenden wurden nicht mit Zweidritteln der Fraktionsmitglieder gewählt. Und mir war das dann auch nicht vergönnt. Genau. Ich bin nicht Mitglied der AfD-Fraktion, bin aber inzwischen auch wieder gewähltes Vorstandsmitglied der AfD-NRW. Also wir haben alleine 1,1 Millionen ukrainische Kriegsflüchtlinge hier in Deutschland, die, so ist die Hoffnung, wenn die Ukraine befriedet ist und die Kampfhandlung gegen die Ukraine eingestellt wurden durch Russland und dieses Land wieder in weiten Teilen Sicherheit für seine Einwohner versprechen kann, dass diese Menschen zurückkehren. 1,1 Millionen ukrainische Kriegsflüchtlinge, die sich allein hier in Deutschland aufhalten. Wir haben rund 500.000 Personen in Deutschland ohne Aufenthaltsgestattung oder ohne Aufenthaltstitel. Auch diese Personen müssen natürlich in ihre Heimatländer zurückkehren. Wir haben rund 240.000 ausreisepflichtige Ausländer, die abgeschoben werden müssten, aber deren Abschiebung zum Beispiel durch eine kommunale Duldung gehemmt ist. Auch diese Menschen müssten Deutschland verlassen. Wir haben allein in den letzten zwei Jahren rund 200.000 ausländische Straftäter in diesem Land zu verzeichnen, die wir auch nicht mehr in diesem Land dulden wollen als kriminelle Ausländer. Und auch diese Menschen müssen aus meiner Ansicht nach das Land verlassen. Und insofern ist auch die Forderung einer millionenfachen Remigration in keinster Weise wieder unsere Rechtsstaatsidee, oder es ist auch nicht unrechtmäßig, sondern es ist letztlich auch Ausdruck eines Rechtsdurchsetzungswillens bestehenden Rechts. Das ist richtig. Das sind ja auch die Hauptzuwanderungsgruppen. Also momentan sind auch weiterhin die Hauptzuwanderungsgruppen nach Deutschland, neben den ukrainischen Kriegsflüchtlingen, die über die EU-Massenzustromsrichtlinie eine freie Niederlassung innerhalb der Europäischen Union haben, sind die Hauptzuwanderungsgruppen eben Iraker, Afghanen und Syrer weiterhin. Also natürlich wollen wir keine Staatsbürger entrechten und des Landes verweisen. Das ist letztlich Propaganda, die gestreut wurde im Rahmen dieser Korrektivberichterstattung über das vermeintliche Potsdamer Treffen, wo ja nur ein Randthema der Remigrationsvortrag von Martin Sellner war, neben vielen anderen politischen Fachvorträgen. Und das ist niemals so gefallen. Ich kenne auch keinen in der AfD, der ernsthaft in irgendeiner Weise Deportationsfantasien gegenüber deutschen Staatsbürgern hat und auch keine Deportationsfantasien gegenüber Menschen, die hier sind und keine Aufenthaltsgenehmigung haben. Richtig ist aber, dass wir im Rahmen einer Remigrationspolitik nicht nur über einen sicheren Grenzschutz reden müssen, nicht nur über Abschiebung, sondern auch die Frage nach einer selbstbewussten deutschen Leitkultur, die auch Integration erzwingt und die auch Migranten, die hier hinkommen, zum Beispiel als Fachkräfte, das möchte ich gar nicht verneinen, letztlich aber auch eine Perspektive geben, wie sie hier zu leben haben, um Teil unserer deutschen Heimat zu werden. Aber es ist ziemlich klar, dass einige Champions der Remigrationshörungen wollen, die Menschen zu verbreiten, in Deutschland zu verlassen, die hier legalisch sind, aber es ist von diesen Personen nicht. assimiliert, haben sie integriert. Ich meine, das ist geschrieben, das ist auf dem Papier. Also man muss natürlich auch den Menschen, die vielleicht auch eine deutsche Staatsbürgerschaft erlangt haben, durch ein viel zu liberales Staatsangehörigkeitsrecht, aber niemals hier in Deutschland angekommen sind. Diese Fälle gibt es. Wenn wir hier in Berlin schauen, wer als Clan-Chef zum Beispiel seit 30 Jahren hier lebt, als Libanesen-Clan-Chef, kein Wort Deutsch spricht, hochkriminell ist, aber die deutsche Staatsbürgerschaft hat, dem muss man vielleicht auch die Perspektive eröffnen, Deutschland zu verlassen. Und in seiner alten Heimat, wo letztlich immer noch sein Herz liegt anscheinend und wo er immer noch mehr verbunden ist, identitär als mit seiner neuen Heimat, vielleicht einen Neustart zu wagen. Also in den Niederlanden gibt es ja auch die Idee, dass man auch Angebote schafft für Menschen, die dort sich eben nicht integriert haben, nicht assimiliert haben, nicht in der niederländischen Kultur aufgegangen sind, Gelder zu zahlen, um eine freiwillige Rückkehr in die alten Heimatländer zu ermöglichen. Und das halte ich auch nicht für ehrenrührig, weil es eben auf absoluter Freiwilligkeit basiert. Niemand soll gezwungen werden, aber es sollen Angebote geschaffen werden, weil letztlich jeder ein Recht auf Heimat hat. Und ich kann das sogar verstehen, wenn ich in einem fremden Land wäre und dort mit der Kultur, mit der Rechtsordnung nicht warm werden würde, dann würde ich vielleicht auch hoffen, dass mir jemand die Perspektive und die Möglichkeit verschafft, mit einem Startgeld in der alten Heimat wieder eine neue Existenz aufzubauen. Nein, es wird ja niemand gezwungen. Es gibt dort keinen Druck, aber das Angebot zu schaffen, als Nation Menschen auch eine Rückkehr in ihre Heimat, in ihre Kultur zu ermöglichen, die ihnen wohl näher steht als die Kultur des Aufnahmelandes Deutschland, ist in meiner Lesart in keiner Weise rechtswidrig, weil es eben ohne Druck erfolgt, sondern letztlich auf einem freiwilligen Angebot basiert. Und diese Möglichkeiten müssen Nationen schaffen. Also Großbritannien geht ja jetzt auch den, sag ich mal, Rwanda-Plan, so wie es genannt wird, und ist gar nicht mehr bereit, überhaupt Asylverfahren auf britischem Boden durchzuführen, möchte egal, woher die Menschen stammen, diese in Rwanda platzieren. Ihr Prime Minister Sunak hat ja ganz klar gesagt, dass er letztlich darauf wartet, dass auch jeden Monat zig Flugzeuge Großbritannien, in Rwanda verlassen. Und auch über so eine Perspektive muss man reden. Es gibt keinen Grund, warum auf europäischem Boden Asylverfahren durchgeführt werden müssen, wenn menschenwürdig und rechtsstaatlich auch Asylverfahren außerhalb der Europäischen Union unter menschenwürde Garantie begründenden Bedingungen stattfinden können. Also ich glaube, dass wir einfach über neue Denkansätze innerhalb der Migrationspolitik reden müssen und dass das Recht auf Heimat ganz zentral ist für die Menschen, die hier hingekommen sind und vielleicht letztlich sich viel versprochen haben, denen auch viel versprochen wurde durch Schlepperorganisationen, die vielleicht glaubten, dass letztlich, dass Deutschland das Land ist, wo Milch und Honig fließen, aber die enttäuscht sind. Und dass sie vielleicht auch in einer, ja sag ich mal, tiefe Depressionen hier steckt, wenn man im Bürgergeldbezug ist, wenn man einfach letztlich sich nicht als produktiver Teil dieser Gesellschaft versteht. Und denen müssen wir Rückkehrperspektiven ermöglichen. Und das finde ich eher, ja, das finde ich im Anbetracht dieser Migrationsströme und auch der, sag ich mal, Fragmentierung unserer Gesellschaft letztlich respektvoller gegenüber diesen Menschen, als sie hier in einem, ja, in einer Multikultur zwanghaft bleiben lassen zu wollen, die, so zeigt es ja, zeigen es immer mehr Entwicklungen zu jüngst die, jüngst die polizeiliche Kriminalstatistik, die aufzeigen, dass diese Multikultur nicht funktioniert. Wenn Menschen das behaupten, über unsere Remigrationspläne, dann muss man ihnen letztlich attestieren, dass sie sich nie mit unseren Remigrationsplänen beschäftigt haben. Es geht nicht darum, Menschen zu deklassieren oder in irgendeiner Weise aus rassistischen Gründen außer Landes zu schaffen, sondern es geht darum, erst mal Deutschland als Land der Deutschen zu erhalten. Es geht darum, eine abendländisch-europäische deutsche Kultur hier zu erhalten. Es gibt jetzt eine Studie der University of Melbourne, die ganz klar bestätigt, dass Diversity und dass Stadtteile, wo immer mehr Menschen aus Kulturen zusammenkommen, die sich letztlich fremd sind, auch zu psychischen Erkrankungen führen. Da gibt es Umfragen, da gibt es Studien der University of Melbourne, weil Heimat bedeutet, dass man sich im Anderen auch wiedererkennt. Das ist die Grundlage von einem Volk. Das ist auch die Grundlage für den deutschen Sozialstaat. Und was wir letztlich erreichen wollen, ist, dass das Volk als Vertrauensbasis und auch als Grundlage von Sozialstaatlichkeit, von Sicherheit erhalten bleibt. Das heißt nicht, dass Menschen, Menschen, die hier seit Jahrzehnten leben, die Teil der deutschen Kultur geworden sind, in irgendeiner Weise entrechtet werden sollen. Sie sind ja selbst hinter, sie stehen ja hinter uns in vielen Punkten der Remigrationspolitik. Wenn ich in Dortmund, Dortmund ist eine alte Arbeiterstadt, Partnerstadt von Leeds, wenn ich dort mit türkischen Einwanderern spreche, dann unterschreiben die alles, was wir als AfD fordern, weil sie letztlich auch ihre Heimat Deutschland durch diese Massenmigration aus Afrika und dem Orient bedroht sehen. Und auch für diese Menschen machen wir Politik. Sorry, by ethnic, what do you mean by ethnic? Do you mean white? Es gibt eine Unterscheidung in Deutschland zwischen der deutschen Ethnie. Die sieht auch der Artikel 116 Grundgesetz vor. Es gibt deutsche Staatsangehörige und es gibt deutsche Volksangehörige. Es gibt also ein deutsches Volk außerhalb des Staatspapiers, also des Staatsbürgerpapiers. Das hat damals, ist die Grundlage zum Beispiel für die Rückwanderung oder die Einwanderung von Russlanddeutschen, die eben vor allen Dingen in alten Sowjetrepubliken gelebt haben, dort dann entsprechende kasachische Staatsbürgerpapiere hatten, russische Staatsbürgerpapiere, aber eben Teil der deutschen Ethnie waren. Das ist aber zu trennen von einem Demos. Das heißt, man kann Teil des deutschen Staatsvolkes werden, ohne Teil der deutschen Ethnie zu sein, was auch völlig legitim ist und was auch richtig ist. Das heißt, das ist ja der Vorwurf, den uns das Bundesamt für Verfassungsschutz macht, dass wir unterstellen würden, wer nicht deutscher Ethnie ist, könne auch nicht Teil des deutschen Staatsvolkes sein. Und das ist Unsinn. Diese Unterscheidung treffen wir nicht, weil wir sagen, natürlich kann jemand, der nicht der deutschen Ethnie ist, der zum Beispiel eine türkische Herkunft hat, Teil des deutschen Staatsvolkes sein. Das erkennen wir auch vollkommen an. Wir haben ja auch zahlreiche Mitglieder, Mandatsträger, die einen Migrationshintergrund haben, die zum Beispiel bei uns im Landtag gebürtige, eine gebürtige Albahnerin, die aber deutsche Staatsbürgerin ist und dann keine ethnische Deutsche ist, aber natürlich willkommener Teil des deutschen Staatsvolkes. Okay, and just finally on this and then we probably need to wrap up, but I just want to be clear. In your idea of what you call Remigration, how are you judging if you were in power who is German enough? What's the criteria? Ich glaube, das tut das Aufenthaltsgesetz so schon. Wer zum Beispiel straffällig wird und sich gegen unsere Rechtsordnung stellt, wird damit schon mal einen ersten Indikator liefern, wenn er das immer wieder tut und auch je nach Intensität der Straftaten, dass er letztlich nicht in der deutschen Gesellschaft angekommen ist und dass er diesem Deutschland eben als seiner Heimat letztlich ja zeigt, dass er ihre Rechtsordnung nicht anerkennt, ihre Identität als Verfassungsstaat nicht anerkennt und dann muss er dieses Land verlassen. Also ich weiß nicht, das ist jetzt, da wird niemand sitzen und schauen, ob derjenige eine Lederhose tragen möchte oder ob er ein Schnitzel ist, sondern es geht vor allen Dingen darum, auch gesetzgeberisch, also wir sind ja hier im Parlament, um auch Gesetze zu schaffen, festzustellen, ob jemand angekommen ist, ob jemand Teil der deutschen Kultur geworden ist, Teil des deutschen Staatsvolkes und auch letztlich eben sich dieser Fragmentierung unserer Gesellschaft entgegenstellt. Dafür braucht man objektive Kriterien, an denen sich zum Beispiel Richter oder Ausländerbehörden orientieren können. Was es nicht geben wird, auch wenn das unterstellt wird, dass es in irgendeiner Weise dann einen Leitfaden gibt, wie man ein guter Deutscher sein wird. Erstes ist eben Verstöße gegen unsere Strafrechtsordnung, gegen unsere Rechtsordnung sind erstmal ein Indikator dafür, dass jemand hier nicht angekommen ist. Da muss er Deutschland verlassen. Wer entsprechend auch, es gibt auch keinen Grund, also wir können auch selbst entscheiden als Volk, wer dazugehören soll. Es gibt ja jetzt sogar von der Ampel entsprechende Einbürgerungstests, die dann Fragen vorsehen, ob jemand angekommen ist. Also das ist ja jetzt kein Alleinstellungsmerkmal der AfD, dass auch eine Nation entscheidet, wer Teil dieser Nation werden kann. Ja, also die Ampelregierung hat ja jetzt einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, der vorsieht, dass Antisemiten nicht eingebürgert werden können. Es gibt ja diese Indikatoren, die ausmachen, dass wir sagen, diese Leute wollen wir nicht. Und ich muss auch sagen, wir können auch als Volk und als Nation entscheiden und es ist auch letztlich der Auftrag unseres Grundgesetzes, dass Deutschland das Land der Deutschen bleibt. Und dazu gehört auch eine deutsche Mehrheitsgesellschaft aus meiner Sicht. Wir müssen uns nicht den Migrationsströmen der Moderne unterwerfen und die als Naturkatastrophe als gegeben hinnehmen. Ich möchte endlich auf die Nutzung der Sommerpartie des Instituts für Statspolitik letztes Jahr und ich glaube es war nur Monate nachdem die IFS klassifiziert als right-wing Extremist wurde. Warum stand ihr da? Also das Institut für Staatspolitik ist ein wesentlicher Bestandteil des politischen und publizistischen Vorfelds letztlich der gesamten rechtsdemokratischen Bewegung in Deutschland. Ich teile die Einschätzung des Bundesamtes für Verfassungsschutz nicht, dass es sich dabei um eine rechtsextreme Bestrebung handelt, wie ich so viele Einschätzungen des Bundesamtes für Verfassungsschutz und seiner Landesämter nicht teile. Deshalb behalte ich mir auch selbst vor zu entscheiden, wo ich auftrete. Und ich glaube, dass eine rechte Bewegung in ganz Europa, aber auch natürlich in Deutschland letztlich publizistische, aktivistische und politische Vorfeldakteure braucht, um eben in die Zivilgesellschaft auch hineinzuwirken. Bei der Linken ist es ganz normal, da wird das akzeptiert, sogar mit Steuergeldern hier im Deutschen Bundestag durch das Demokratiefördergesetz finanziert und wenn das Rechte machen, dann wird das halb kriminalisiert. Also man muss natürlich den Gesamtkontext dieser Aussage beachten. Mit System meine ich mitnichten die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik, sondern das System und das teilen ja auch viele Parteienstaatskritiker, vor allen Dingen an vorderster Front Hans-Herbert von Aniem als bekanntester deutscher Parteienstaatskritiker, dass wir einen freiheitlichen Verfassungsstaat haben, den es auch zu bewahren gilt, der aber zunehmend okkupiert wird von den Parteien und letztlich die Bürger verstummen lässt und dabei kollosiv zusammenwirkt mit Staatsmedien, mit auch mit Steuergeld finanzierten privaten Medien und letztlich eine ja eine Macht im Land entstanden ist, die sich in Teilen sogar massiv gegen die Bürger und auch gegen den freiheitlichen Verfassungsstaat wendet und meine auch, das ist für mich das System, das System der Herrschenden, letztlich das System der Mächtigen. Unsere Aufgabe als AfD ist es, so verstehe ich uns als Bürgerbewegung, dass wir den Bürgern in diesem Land, all jene, die sich nicht mehr gehört gefühlt haben die letzten Jahrzehnte oder die Angst haben, ja auch immer mehr Bürger, in Deutschland gibt es ja auch namhafte Studien sagen, sie können im Bereich Islam, Ausländerkriminalität und vielen anderen Bereichen gar nicht mehr frei ihre Meinung äußern, weil sie Angst haben vor Repression, vor sozialem Druck, vor vom Arbeitsplatzverlust, dass wir diesen Bürgern ihren freiheitlichen Verfassungsstaat zurückgeben und diesen, sag ich mal, dem Parteienstaat entreißen, weil die Parteien, so sagt es Hans-Herbert von Anim haben sich eben diesen Start zu Beute gemacht.